Tanjas Zevzenko zieht um, doch als sie ihr neues Dupperhaus sieht, ergreift sie sofort die Flucht. Dupper-Köln, Tanjas Zevzenko, 46, zieht mit ihrer Familien um, schon wieder. Doch als die Dupper-Auswanderin ihr neues Domizil das erste Mal von innen sieht, folgt das böse Erwachen. Es scheint fast, als würden die Zevzenkos seit ihrem Neustart in der Wüstenmetropole vom Pech verfolgt. Schon in ihrem ersten Haus, das nun für die Familie umgebaut werden soll, hatte es ein unschönes Problem gegeben. Die Gesundheit der Kinder war in Gefahr und der Kammerjäger musste anrücken. Obwohl dieses Dilemma inzwischen behoben ist, Käten Tanja, Ehemann Norman Jeschke, 44, und die drei Kinder ihre Villa jetzt den Rücken, um während der zweimonatigen Renovierungsarbeiten nicht inmitten einer Baustelle zu leben. Bis ihr Eigenheim wieder bewohnbar ist, hat das Quintet eine Übergangsbleibe angemädt, kurz vor dem Wochenende hieß es so mit, auf in die Wüstenpampas. In dem Miethaus angekommen, sei sie auf den ersten Blick recht zufrieden gewesen, erzählte Tanja ihren rund 315.000 Followern in einer Instagram-Story. Doch bei näherem Hinsehen folgte prompt das blanke Entsetzen. Tanjas Zevzenko erlebt böses Erwachen im Dubai-Domizil, ich falle vom Glauben ab. Irgendwie war es so nasskalt im Haus, stellte Tanja zunächst fest, dann folgte die bittere Erkenntnis, es hat einiges im Haus nicht gestimmt. Die Liste ist lang wie Beweisfotos, welche die ehemalige Eiskunstlaufqueen vor Ort geschossen hat, zeigen. Aus Blühungen von Feuchtigkeit mit Schimmelbildung, verdreckte Klimaauslässe, Decke war schräg strich ist nass, feuchte Fliesen im ersten Obergeschoss, zählte die Zwillingsmutter auf. Doch es ging noch weiter, Töpfe, Pfannen, Herd, Dunstabzug waren auch in einem mehr als mangelhaften Zustand. Der Mini-Kühlschrank lief auch nicht wirklich. Das Schlimmste seien jedoch die offensichtlichen baulichen Probleme sowie die verdreckte Klimaanlage, was beides zu massiven gesundheitlichen Problemen führen kann, betonte Tanja. Ich falle vom Glauben ab, erklärte sie entgeistert und traf kurzentschlossen eine drastische Entscheidung. Untertitelung des Franke M sure Tschüss,